Du, Lozzo, wird mit den Spielzeugen hier jeden Tag gespielt? Ja, super, perfekt. Jut, jut, jut. Spitzel! Du, Lozzo, wird mit den Spielzeugen hier jeden Tag gespielt? Du, Lozzo, wird mit den Spielzeugen hier jeden Tag gespielt? Und der riecht so lecker, okay, ja, ja, genau, genau. Und der riecht so lecker nach Erdbeeren? Und der riecht so lecker nach Erdbeeren? Und der riecht so lecker nach Knoblauch? Es fühlt so einfachisch. Also doch die Nerven verlieren! Also doch die Nerven verlieren! Ja, das ist ja ganz hysterisch. Also doch die Nerven verlieren! Ach du Scheiße! Die können ja so wahnsinnig schnell reden da oben. Sollen wir doch die Nerven? 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 Sollen wir doch die Nerven verlieren? Sollen wir doch die Nerven verlieren? Komm her! Sollen wir doch die Nerven verlieren? Sollen wir doch die Nerven verlieren? Sollen wir doch die Nerven verlieren? Der ist eigentlich optimal. Sollen wir doch die Nerven verlieren? Sollen wir doch die Nerven verlieren? Also doch die Nerven verlieren? Okay, jetzt gehen wir auf die 561. Das ist die Szene, wo du ganz unruhig bist, weil die Kinder endlich aus ihrer Pause zurückkommen. Aber gucken Sie uns den erst mal an. Genau. Ich halte es nicht mehr aus! Ich halte es nicht mehr aus! Okay, machst du noch eine, bitte? Super, gleich noch eine hinterher, wunderbar. Ich halte es nicht mehr aus! 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 Komm zu Papa! Komm zu Papa! Oh! Komm zu Papa! Oh! Komm zu Papa! Oh! Komm zu Papa! Komm zu Papa! Komm zu Papa! Komm zu Papa!